ARD Text im Auftrag von Funk Gute Frage. Sehr gute Frage. Auf was soll man schauen, wenn man Hypothekenangebote miteinander vergleichen? Natürlich darauf, wie hoch der Zins ist. Je tiefer, desto besser. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass dir am Hypothekargeber die folgenden Fragen stellt. Was für einen Laufzeitbieter anbieten? Ja. Kann ich mir in Zukunft schon einen günstigeren Zins sichern? Und was kostet das? Zahle ich eigentlich für die ganze Hypotheke den Gleichzins oder kostet ein Teil davon ein bisschen mehr? Muss ich für einen Produktwechsel oder eine Rückzahlung während der Laufzeit mit weiteren Kosten rechnen? Und kann ich meine Bankbeziehung so lassen, wie sie ist, oder muss ich jetzt alles zum neuen Hypothekargeber zügeln? Weil viele Leute nicht mit allen möglichen Hypothekargebern sprechen mögen, gehen die Allermeisten direkt zu Ihrer Hausbank. Dabei ging es viel einfacher. Man lässt sich Valoo aufs Handy, lässt sich von mehreren Hypothekargebern mit verschiedenen Modellen ein Angebot machen lassen und wählt ganz entspannt das Beste aus. Sicher und bequem. Von Sofa aus.